Es wird besser als Vera oder Vera besser als Würth und wer steckt überhaupt hinter den schönen Werkzeugen aus dem Hause Würth? Das klären wir heute zusammen mit euch und damit willkommen zu den Baufunk24-Werkzeug-News an meiner Seite. Der attraktive, Begehrenswerte, der charmante Holzfäller der Herzen. Ronald McDonald, moin. Wir haben heute den Gabentisch wirklich voll. Und zwar kam von euch immer mal wieder der Hinweis, testet doch mal Werkzeug von Würth. Die Akkuschrauber sowieso, vielleicht kommen wir auch da nochmal zu, aber auch die Knarrenkasten. Bekanntermaßen ist Würth ja eher ein Handelsunternehmen. Also Würth wurde ja bekannt quasi als Schraubenkönig und ist mittlerweile in allen möglichen Bereichen präsent für Handwerk und Industrie. Würth selber macht ja kein Werkzeug, sondern die kaufen oftmals zu. Vielleicht sind sie auch manchmal in der Entwicklung mit so ein bisschen dabei, mehr oder weniger. Aber eins ist schon mal klar, der Würth Zebra Ratschenkasten wird nicht von Würth gefertigt, aber von wem? Und wer dahinter steckt, das klären wir heute auch noch. Viele haben auch in den einen oder anderen Kommentaren schon geschrieben, hier Würth Zebra Ratschenkasten, beste wo gibt. Sollen wir uns mal angucken. Hab ich gemacht. Ich hab mir also den gekauft, aber nicht bei der Würth Niederlassung hier vor Ort in Münster. Denn da war ich ja zuletzt mit den Preisen nicht so zufrieden. Die wollen immer ein bisschen viel von dir, ne? Ja, die wollen immer mein Bestes und davon relativ viel, weil ich natürlich nicht gesagt hab, hier, meine Kundennummer, mein Rabatt und jetzt lass mal die Hosen runter. So, so läuft das nämlich da. Sondern ich bin in dieses sagenumwobene Internet gegangen und habe diesen Koffer, diesen Würth Knarrenkasten bei Amazon gekauft. Und dafür hab ich, meine ich so, um die 140 Euro bezahlt. Ich habe auch schon mal irgendwie das Ding bei Instagram gezeichnet. Und da kamen Leute auf mich zu und meinten, was hast du bezahlt? Ich sag, 140. Meinten sie, ich hab den viel günstiger gekriegt, du glaubst es nicht. Und das hat mir dann wirklich die Schamesröte ins Gesicht getrieben. Wärst du auch mit deiner Kundenkarte zu Würth gegangen? Ja, mit der Kundenkarte sicherlich nicht. Auf jeden Fall haben wir uns das Ding angeguckt und haben mal den Vergleich gemacht zwischen dem Zebra und dem Vera Zyklop. Der Vera Zyklop, der Kasten, ist ein bisschen ähnlich. Es ist nämlich Blech. Und auch dieser hier, Blech, macht aber einen schönen Eindruck. Ja, der ist, der fühlt sich auch, das Blech fühlt sich wettig an. Ja, Blech hat nur einen Nachteil, es kann sich verbiegen, allerdings bricht es nicht so schnell. Hier sind wir schon mal mit dem Auto drüber gefahren, bei unserer Baumhaus-Challenge. Das Ding hat schon ein bisschen gelitten und eigentlich sind hier so Gummidinger, so wie hier. Und die ziehst du dann so drüber und verriegelst du dir. Die liegen jetzt im Wald, oder was? Ja, die liegen wahrscheinlich irgendwo im Märchenwald. Auffallend noch ist hier... Das habe ich ja noch nie hier gesehen. Wie? Das ist hier wie so ein Schraubendreher. Ja, dieser Vera Griff, das dekliniert natürlich so ein bisschen immer diesen Schraubendreher. Diese Detailverliebtheit, die die haben. Ja, ich sage jetzt mal Vera, nicht Wirt. Wirt sieht ein bisschen anders aus. Und dann haben wir natürlich auch noch jede Menge andere Sachen hier, die zum Beispiel von Farkom oder Farkom. Dann haben wir noch Proxon. Oder Proxon. Proxon. Ich würde mal sagen, wir machen mal etwas Platz hier. Aber es macht richtig gute Laune. Hier ist so viel schönes Werkzeug, ne? Ja. Du hast ja auch einen unheimlich hohen Haben- und Anfasswollen-Faktor. Kurzer Eindruck vom Gewicht. Sollen wir die mal wiegen? Ja, können wir. So, bei Vera sind wir unterwegs mit 4,7 Kilo. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Irgendwie, weil es so kompakt ist, kommt es ja eigentlich schwerer vor, ne? Bei diesem würde ich auf jeden Fall sagen, dass er schwerer ist, oder? Oh ja, er ist schwerer, ja. Glaube ich auch. Was schätzt du? 6. 7 Kilo? Ja, 6,5 oder so. 7,5. 7,5, okay. 7,5, ja, also mal fast 3 Kilo mehr Gewicht, so vom Kasten her, welchen würde, also hier hast du natürlich so ein bisschen Schischi. So ein bisschen Gummierung auch, aber unten auch? Auch das ist ja so ein bisschen wie der Vera-Style hier, ne? Ist das von unten auch? Gummiert ja, ne? Ja, der rutscht nicht, ne? Ja. Der hat der gar nicht, ne? Ne. Aber das finde ich ganz schön, aber hier diese Dinger, ich habe auch nicht so ganz verstanden, wie die sich lösen konnten. Und, was mich so ein bisschen traurig macht, ist, guck mal hier. Ja, das ist dann auch, das ist auch nicht dicht dann wahrscheinlich, auch selbst wenn die Dinger dran sind, ne? Ja, aber ich könnte mir vorstellen, die kannst du wahrscheinlich schlecht aufkleben. Dann hättest du sie vielleicht vernieten müssen oder so. Ja, aber das hätte ja auch nichts dagegen gesprochen, wenn hätte man es so gemacht. Ist vielleicht zu ordinär oder so, ich weiß nicht. Also wir machen mal auf. Hier finde ich einfach etwas einfacher, pragmatischer, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ist zweckmäßig, ne? Ist zweckmäßiger, ne? Wir haben hier 43 Teile, hier haben wir 59 Teile. Und, erster Eindruck, wir haben natürlich hier eine Viertel-Zoll-Ratsche und eine Halb-Zoll-Ratsche. Ja. Wir haben auch standardmäßig hier eine Verlängerung. Die finde ich mal ganz schön, dass die hier... Ja, die haben hier so ein Griffstück, genau, wo du anfassen kannst. Könntest du ja auch mal zusammenstecken. Hier hast du die bekannte Vera-Zoll-Ratsche, die du im Prinzip so ein bisschen jetzt hier wie ein Schraubendreher verwenden kannst, aber eben auch als Knarre. Oder auch hier so angewinkelt. Wobei ich mich frage, warum haben die nicht eine Raste, die vielleicht so wäre, weißt du? Jetzt kommt die... So, weil jetzt... Jetzt ist gleich auf 90 Grad, ne? Ja. So, siehst du auch ja im Prinzip, dass die Ratschen und die Orientierung hier durchgemacht werden. Und da hast du eben deine 90 Grad, 180 Grad Umschaltung, Richtungsumschaltung hier über den Ring. Das ist gerade mit Handschuhen nicht so schön. Jetzt merkst du es auch schon. Probier mal. Ich finde es etwas... Oh ja, das ist... Oh ja, das ist schwer, ne? Ja. Es wird aber auch eine Zeit lang diesen Ring. So ähnlich, ne? Ja gut, den Ring gibt es ja auch bei verschiedenen Ratschen, ne? Ja, aber das ist... Stimmt, das ist... Dann ist so ein Hebel doch bald besser, ne? Aber zum Beispiel jetzt hier die Fakon-Ratsche. Die kannst du etwas besser greifen, ne? Hier rutscht du ja, weil es so ein Plastik ist, ne? Ja. Die Cyclope ist so ein bisschen ein Exot. Aber ich arbeite da gerne mit. Ja? Warum? Ja, weil du auch mal in so einen engen Bauraum rankommst und kannst dich mal so ein bisschen anwinkeln und so. Das ist super. Auch gerade beim Wohnwagen und so habe ich auch viel mitgemacht mit dem Cyclope-Ratschen. Was hier noch zu sagen ist, natürlich hat man auch eine Verriegelung mit so einer Auswurf-Hilfe. Also so ist das Ding fest. Ja, das hält auch. Und dann kann ich so drücken und dann geht die auch sehr leicht ab. Aber im Vergleich zu Würth habe ich hier noch eine Besonderheit, nämlich eine Verriegelung, auch an der Verlängerung. Das ist mit Grün und Rot. Auf Grün geht es rein. Geht es auch wieder los. Mhm. So, und wenn ich jetzt hier das drücke, muss man ein bisschen fester drücken. Dann ist fest, oder? Dann der Ziel. Ja, ist fest. Ja. Also gar nicht so verkehrt. Und auch hier mit dem Griff, das ist schon etwas aufwendiger, würde ich mal sagen. Das gleiche im Prinzip hier in klein, ein Viertel Zoll. Wir haben das gleiche System. Auch wieder hier diese Rastung. Und dann natürlich so. So, und hier finde ich es irgendwie bei der Größe irgendwie intuitiver oder passender. So, dass man jetzt hier quasi einen Schraubendreher hat. Ja, ja. Einen Bit-Halter. Aber, was mich so ein bisschen stört, wenn du jetzt mal eben hier wechseln willst. Ja, dann musst du den ganzen Kopf umstellen. Dann musst du erst wieder den Winkel umstellen, damit du hier an die Entriegelung kommst. Weil, Entriegelung ist gut, hält wirklich fest. Aber, dafür musst du dann eben immer wieder hier wieder in die Normalschule gehen. Aber ist ja schnell gemacht, ne? Also mit dem, da hakt ja auch nichts und so. Das geht ja rötzfatz. Ja. Hier jetzt auch wieder, du hast das Vera Farbsystem. Fünfeinhalb ist orange. Neuner ist hier dieses hellgrün. Was nur jetzt so ein bisschen schade ist, finde ich. Du hast hier jetzt wenig Möglichkeiten, das von oben zu sehen. Ja, du musst nur von der Seite gucken. Da hast du Glück, wenn sie richtig rumstehen, ne? Genau. Dann haben wir hier einen Bit-Halter mit der Rapid-Up-Tor-Aufnahme. Also einhändig. Kennt man auch vom Tool-Check. Soweit, so gut. Es ist allerdings keine Ratsche. Finde ich ein bisschen schade. Hier habe ich mal so einen kleinen Stubby-Bit-Halter. Der hat hier auch noch ein Magazin. Auch nett. Ist auch so ein bisschen ein smartes Werkzeug, ne? Finde ich, bei dem Preis hätte man da irgendwie hier noch so ein Gadget reinmachen müssen. Oder können. Ja. Das wäre schön gewesen. Oder hier sowas. Das ist auch keine Ratsche. Vielleicht auf den ersten Blick relativ dem hier. Mhm. Aber, guck mal. Zeichen für? Für die Brille aufsetzen. Schutzbrille tragen. Ja. Der kann schon was. Aber warum soll ich Schutzbrille tragen? Hat der eine Schlagfunktion? Ne, guck nochmal ganz genau hin. Ach so, okay. Dann springt der raus, oder was? Ah, Hallöchen. Das fand ich, also ich habe, ich gedacht, warum Schutzbrille tragen? Wahrscheinlich wegen, wie... Guckst du da rein, oder so? Kommt dann hier entgegen. Wahrscheinlich so. Hä? War dann so. Ach, scheiße, was ist das denn? Der kann sogar springen, guck mal an, ey. Guck mal, es wäre fast ins Auge gegangen. Da können wir hier Vera weit schießen machen. Ja, können wir machen. Also eigentlich sollte der das ja nicht machen, ne? Nein, das ist auch, glaube ich. Kannst du kurz oder lang. Würde jetzt hier allerdings auch nicht reinpassen. Nein, passt nicht. Schade. Also im Prinzip hier nur die Basic-Variante. Und was ich hier ein bisschen schade finde, wir sind hier beim Viertelzoll relativ gut sortiert. Also wir fangen hier bei 4 an, enden bei 13 im Viertelzoll-Bereich an, haben allerdings keine Elvernuss. Bei Wirt haben wir die Elvernuss. Aber da haben wir keine 4,5, ne? 4,5? Ah ja, stimmt. Dann haben wir da und dann haben wir hier aber eine 5,5, die haben wir da. Doch, die haben wir da auch, ja. Hier noch ein Rapidaptor für die Viertelzoll-Ratsche. Das ist ja auch nochmal ganz interessant. Was aber auffällt jetzt im Halbzoll-Bereich, die ist relativ dünn. Wir fangen bei 13 an und enden bei 24. Uns fehlt ein 20er, ein 23er theoretisch. So, und beim Wirt sind wir hier generell in dem Halbzoll-Segment viel besser aufgestellt. Wir haben die kleinsten Nüsse, sind 10er, 10er Nuss mit der großen Ratsche. Ist ja schon, finde ich, super. Wir haben deutlich mehr Nüsse, gehen auch bis 32. Also, ich sag mal, 24. Wenn du wirklich größere Sachen machst, bist du schnell bei 24 oder mehr. Finde ich gut. Wir kommen hier so ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen. Das Inlay. Erstmal finde ich das hier generell gut. Wir haben ja auch schon andere Einlagen gehabt. Normale Tiefzieheinlagen. Mittlerweile in der Preisklasse sollte eigentlich eine ordentliche geschäumte Einlage Standard sein. Haben wir hier. Schön ist auch hier die Legende im Deckel. Wobei die sich bei uns hier löst. Die ist hier tatsächlich so doppelseitig angeklebt. Das löst sich hier so ein bisschen. Aber ist schon ganz hilfreich. Nur, die Legende hört im Prinzip hier bei den Bits auf. Das sind alles Kreuzschlitz, ne? Ja. In der Legende, ja. Was dazu kommt, die Bits sind auch alle lang, die du hier hast. Das heißt, wenn du mal eher kompakt unterwegs sein möchtest, du bist hier immer relativ lang. Ja, zumal du ja auch diese, die kleine, die kleine Knarre hast, ne? Dann bist du ja trotzdem weit weg. Das ist... Ja. So, jetzt beispielsweise mal die Situation 20er Torx, gerade beim Motorrad oder sowas, hast ja oft. Ja. Dann bist du ja immer in dieser Länge unterwegs. Ja, dann kommst du schon mal, wenn du unter der Sitzbank oder was bist. Ja. Dann bist du schon wieder zu weit weg, ne? Und wenn du jetzt auch mal guckst, ist natürlich auch schon der Hebel relativ lang. Mhm. Finde ich, ist so ein bisschen Abzug in der B-Note, weil man eben auch viel Geld hier investiert hat. Denn ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben. Preislich, Amazon habe ich 240 Euro, 230 Euro, so. Also auf jeden Fall deutlich über 200 Euro. Kurzer Hinweis auch, alles, was hier liegt, ist von uns gekauft. Keine Kooperation mit sämtlichen Herstellungen. Auf jeden Fall fällt hier nichts raus. Hatten wir bisher zumindest nicht, dass wir den irgendwie unterwegs mithatten und dann ist irgendwas rausgekullert. Ich habe diese Zyklopratschen eigentlich mal mehr gemocht als heute. Ich muss sagen, so generell bin ich nicht mehr so begeistert von den Zyklopratschen, weil ich mittlerweile auch andere Gelenkratschen habe. Und diese Schraubendreherfunktion, ja, auch hier wiederum gerade, wenn ich jetzt sage, ich möchte hier das mal eben im Torx als Schraubendreher nutzen. Da bin ich auf diese Länge, da habe ich auch kein Gefühl mehr, da will ich eigentlich so nicht arbeiten. Oder du hättest jetzt hier irgendwie so eine Toolcheck-Ratsche, aber dann wiederum ohne die kleinen Bits kannst du damit auch nicht viel machen. Du hast auch keinen Engbauraum mehr, ne? Gerade je nachdem, so am Motorrad-Schrauben oder so, da kommst du ja sehr weit mit. Und das finde ich eigentlich sehr schön vom Handling. Dann gucken wir uns die Einlage beim Würth mal an. Die hat mich von Anfang an begeistert, weil das ist so ein bisschen, ja, so ein Sonderfall. Sieht man so nicht. So gummimäßig, ne? Ja, so Hartgummi. Hartgummi, ja. Unheimlich stabil. Das ist ja auch so flach, dass im Prinzip, wenn das mit dem Deckel zu ist, da fällt auch großartig nichts raus. Dann finde ich, wenn man sich mal anguckt, wie gut der Bauraum hier eigentlich genutzt ist. Du hast hier, also man müsste es jetzt nochmal ausmessen, aber gefühlt so vom ersten Blick würde ich sagen, hier wird mehr Platz verständet. Eigentlich hast du ja in dem Wäre alles das, was du hier auch drin hast, ne? Beispielsweise jetzt die Verlängerung. Guck. Ja. Ist auch fast die gleiche Länge. Da ist jetzt nicht so viel Unterschied, aber ich habe hier beim Würth noch ein paar schöne Zubehörteile. Beispielsweise diese Aufsätze, wenn man die mal anguckt, denkt man, die sind ja defekt, weil... Die sind krumm, ne? Die sind krumm. Ja. Aber das ist im Prinzip ein Aufsatz, damit du so einen leichten Winkel hast, den kannst du jetzt hier ganz reinschieben, dann ist der relativ fest. Aber wenn du den ein Stück zurücknimmst, wo der dann auch rastet, dann hast du hier einen leichten Winkel, den du machen kannst. Wenn du jetzt noch mehr Winkel brauchst, hast du ein Kaderngelenk. Und das macht insgesamt hier... Das macht einen sehr wertigen Eindruck. Das ist auch schön zusammengebaut, ne? Ja. So, beides eigentlich für einen guten Ratschenkasten. Das ist ja Standard schon fast. Eigentlich Standard. Also manchmal sieht man das ja auch bei so billigen Schienakästen. Die sagen dann, okay... Ach, die brauchst du auch nur böse angucken und dann fällt der auseinander, ne? Ja. Aber das hast du halt alles dabei. Beim Viertelzoll hast du das Gleiche auch wieder. Da ist das hier so hochglanzverchromt. Boah, das ist doch auch echt schön, ne? Dann hast du bei der Halbzollratsche auch noch eine kürzere Verlängerung. Und du musst allerdings gucken, dass du die direkt ja so reinlegst. Denn das ist so geschnitten, dass das wirklich in der Lage hier nur passt. Dann bei der Viertelzollratsche auch normale Verlängerung. Dann noch ein Stückchen länger. So. Oder hier so eine Biegewelle, wo du dann auch so ein bisschen mit um die Ecke kommst. Kann natürlich auch wirklich ein Troubleshooter sein. Hier hast du auch einen Magnethalter und so einen Ring, wo du den mitführen kannst. Allerdings, die Welle ist jetzt nur für die Bits. Aber die habe ich auch schon schlechter gesehen, solche Wellen. Die sieht auch ganz gut aus, ne? Ja. Auch hier wieder bei der Viertelzollratsche mit Verriegelung. Und last but not least, wir haben hier auch einen Bithalter. Oder einen Bithalter ist es eigentlich nicht direkt. Es ist erstmal ein Viertelzollhalter für die Nüsse, für die Viertelzollnüsse. Dann habe ich aber trotzdem noch, sowohl für die Ratsche natürlich, als auch für hier, so einen Bithalter mit einer Arretierung. Ist allerdings im Einhandbetrieb ein bisschen fummelig, weil der rastet nicht so, dass du ihn jetzt hier wirklich arretieren kannst oder lösen kannst. Dann musst du hier so, dann kannst du es rausnehmen. Wenn du das jetzt einhändig machen willst... Das ist schlecht, ja. Aber was ich nochmal machen kann, ich habe hier eine Viertelzollaufnahme. Kann jetzt hier die Ratsche reinmachen. Jetzt kann ich hier nochmal ein bisschen mehr Ivan draufgeben. Ist jetzt auch nicht die Erfindung der elektrischen Bratkartoffel, aber ganz nett. Kannst du nämlich bei dem Vera nicht machen. Und wenn ich mir jetzt hier den Griff mal genauer anschaue, dann erinnert mich das so ein bisschen... Erinnert mich jetzt hier so ein bisschen an Phelo. Phelo haben wir euch auch schon mal gezeigt. Die haben hier diese Ergonic-Griffe, nennen die das. Das ist sehr soft. Also hier nicht, da ist eine Kante, aber hier ist es wirklich, als wenn da so Gel oder sowas hinter wäre. Das fasst sich echt angenehm an. Aber hier haben wir auch ein Verwandtschaftsverhältnis, denn Phelo ist Teil der Wirt-Gruppe. Dann noch generell mal ein Blick auf die Ratschen. Steht Wirt drauf, es steht Zebra drauf. Der Griff ist relativ hart. Der hat halt den Schraubendreher, ne? Fasst sich von der Qualität sehr solide an. Umschaltung mit einem Daumen gut erreichbar. Auch ganz nett gemacht. Hier ist das Zebra eingeprägt. Dann ist auf dem Umschalter das Wirt-Logo drauf. Und ich habe hier auch eine Entriegelung, die ich gut greifen kann. Die mich aber auch irgendwie nicht stört, wenn ich jetzt hier auch mal meinetwegen den Daumen noch drauf lege. Ich muss so ein bisschen vertieft hier reindrücken. Die Halbzollknarre ist im Prinzip das gleiche in groß. Fasst sich auch wirklich angenehm an. Hochglanzverchromt. Und ich kann bei beiden Knarren auch hier problemlos das Gehäuse öffnen. Wenn man das mal vergleicht mit der Vera. Die Vera kann ich jetzt ohne weiteres nicht öffnen. Da sind keine Verschraubungen. Hier kann ich nämlich mit dem 6er Torx in die Ratsche reingehen. Kann die öffnen, das ganze Innenleben säubern bzw. warten. Wenn beispielsweise mal die Verzahnung hier kaputt sein sollte. Es ist nämlich im Deckel hier auch aufgeführt ein Wartungssatz. Und zwar für die Halbzoll- als auch für die Viertelzollknarre. Wie überhaupt ich hier für jedes Teil eine Artikelnummer habe. Anruf beim freundlichen Wirt, Außendienstmitarbeiter. Dann kommt er mit seinem Wirt-Orto und bringt dir eine Nuss vorbei. Genau, nur für das Bit-Set hier ist kein Ersatzteil. Vielleicht gibt es da so ein Nachfüll-Set. Würde mir bei meinem Tool-Check auch gefallen. Hier ist auch schon mal wieder, ich meine, ich habe mittlerweile, was weiß ich, 30 Stück davon in allen Fahrzeugen. Und das habe ich hier gerade auch mal aus dem Golf rausgenommen. Ich weiß auch nicht, wer den in den Finger gehabt hat. Ich auf jeden Fall nicht. Fehlt schon wieder was, ne? Hast du mal bei dir zu Hause geguckt, ob wir ein paar Bits oder so auf dem Boden Ich weiß wohl, dass wir letztens damit bei deinem Moped die Batterie getauscht hatten. Aber warum, da haben wir die Bits eigentlich nicht gebraucht. Was hier jetzt auch auffällt, ich habe hier Flugrost, obwohl das eigentlich hauptsächlich im Auto ist. Gut, da ist auch mal feucht. Haben auch einige von euch berichtet, dass sie nicht so zufrieden waren von wegen hier Flugrost. Das muss aber nicht generell ein Qualitätsmerkmal sein, dass der Werkzeugstahl schlecht ist. Passiert hier aber auch. Ich habe ja den Kasten seit 10 Jahren. Ja genau, du hast den seit 10 Jahren. Und dann habe ich das auch. Also die Bits, die sind tipptopp, da geht nichts kaputt oder was. Da kannst du auch richtig Dampf drauf geben, aber da hast du auch schon mal Flugrost drauf. Ja, wenn jetzt hier die Verchromung rosten würde, da würde ich mir eher Gedanken noch machen, das soll nicht so sein. Ja, aber das ist okay. Aber generelles Fazit oder genereller erster Eindruck hier, das ist ja mehr so ein Unboxing. Wir testen die ja gerade mal nicht auf Belastung, können wir auch mal machen, dass wir vielleicht mal einen Bruchtest machen. Finde ich die sehr gut. Und dieser Formfaktor nochmal hier zu sehen, wird auch bei dem kleinen hier Viertelzoll-Ratschen-Set durch weitergeführt. Ja, auch alle Artikelnummern drauf. Das ist im Prinzip ja so ein Wettbewerber zum Toolcheck Plus. Interessanterweise, wie gesagt, kommt auf an, was ihr für ein Verhältnis zu eurem Wirt-Außendienstler habt. Aber ich habe da so um die 50 Euro für bezahlt bei Amazon. Denn, ja, du kriegst eigentlich mittlerweile auch viele Wirt-Sachen bei Amazon. Eventuell teurer, als wenn du einen guten Kurs direkt bei denen kriegst. Aber nicht jeder hat ja einen Wirt-Außendienstler im Zugriff. Mittlerweile gibt es auch Wirt-Läden, Wirt-Geschäfte, Offline-Stores. Aber auch hier finde ich schon sehr reizvoll. Wenn man mal überlegt, Toolcheck Plus oder hier sowas, preisig also ungefähr eine Liga. Wir haben hier Vielzahnnüsse. Die also zum Beispiel gerade im KZ-Bereich, kennt ihr ja diese Vielzahnschrauben. Die könntest du hiermit auch lösen. Vierkant sollen gehen. Sechskant sowieso. Umschaltung auch. Ganz witzig hier. So klein. Auch schön gemacht, ne? Mit der Zebra da drauf, ne? Hier Logo. Das Wirt-Logo in Rot. Also da hat man ein bisschen Details. Das kostet auch extra, ne? Ja. Was natürlich jetzt mega wäre, hier jetzt noch so einen kleinen Mini-Bithalter. Dann wird die Kiste wieder größer, ne? Aber genau, dann wird es größer, ne? Und so ist das. Ja, aber hättest das den Kohl jetzt fett gemacht, weiß ich nicht. Könnt ihr ja mal schreiben unter das Video, ob ihr sagt, der wird es noch perfekt machen. So ein kleiner... Ja, wenn du sonst Frau in der Handtasche steckst, dann zählt jeder Zentimeter. Na gut, aber wann warst du letztes Mal eine Frau? Ja, das stimmt. Ist doch auch schon ein bisschen lang her. Wegen Gleichberechtigung und so, die wollen auch mal ein CO-Z haben. Ja, was ich noch ganz interessant finde, du hast jetzt zwei Verlängerungen. Warum zwei Verlängerungen? Ja, weil du diese Verlängerung erstmal für die Nüsse brauchst. Nüsse übrigens von 5, 6, 8, 10, 11 und 13. Aber da du ja im Prinzip hier so eine Durchsteckratsche hast, musst du auch einen Adapter haben für deine Bits. Oder die Bits eben direkt hier rein. Also alles dabei, was du so eigentlich brauchst. Und so eine Verlängerung kann dir natürlich auch wirklich den Allerwertesten retten. Denn Verlängerung hast du beim Toolcheck ja eigentlich nicht dabei. Du kannst zwar jetzt hier den Bit-Halter als Verlängerung verwenden, aber A, verlängert das nicht so besonders viel. Du wirst schon wieder sehr breit. Du wirst sehr breit. Natürlich, das ist auch so ein Gadget für einen Akkuschrauber, wo du viel mitmachen kannst. Du hast auch hier eine Nuss mehr. Dafür ist die Ratsche beim Wirt etwas länger. Vom Formfaktor aber sonst sehr ähnlich. Interessanterweise, ich habe noch eine Ratsche hier von Vera. Ich war ja neulich in Amerika und die Amerikaner sind auch sehr begeistert von Vera, denken aber, das wäre made in Germany. Muss ich dann sagen, ist nicht made in Germany, ist made in Czech Republic. Und hier sehen wir sogar made in Taiwan. Taiwan? Taiwan. Wusste ich gar nicht. Das ist im Prinzip diese Toolcheck-Plus-Ratsche für Viertelzoll-Direktaufnahme. Auch hier wieder schöne Blechkiste, die sehr würdig wirkt. Das ist eigentlich so pragmatisch. Aber hält. Du kannst auch mal in die Ecke schmeißen. Du hast hier vom Feeling gegenüber dem Vera mehr das Gefühl, du hast einen Werkzeugkasten. Ja, das stimmt. Wir haben ja den Toolcheck-Plus auch schon oft empfohlen. Und bekanntermaßen, wisst ihr ja, habe ich das unter jedem Motorrad in der Sitzbank. Bei BMWs hast du immer so einen Riemen, da passt das gut drunter. Wäre das schon ein bisschen zu viel. Und, muss ich sagen, beim Motorrad, gerade wenn du mal so kleine Schrauben hast oder so, hier von der Verkleidung beim BMW, hast du sehr viel mit Torx, arbeite ich sehr gern mit dem. Ja. Weil da hast du nicht so einen Mega-Ivan, den du da brauchst. Am besten man hat alles. Ja, alles. Das ist wie ein paar Schuhe. Du hast ja auch mehr ein paar Schuhe. Ja. Nur, wie gesagt, für einen Fuffi, ich finde auch ein schönes Geschenk. Ich glaube, da freut sich auch jeder drüber. Da haben wir uns Gedanken gemacht, wo wird das fabriziert. Eine Sache, die das Ganze so ein bisschen verrät, denn wir haben hier diese charakteristischen Nüsse, ein Viertel Zoll mit dieser Rundung. Und da habe ich mich erinnert an diese Kollegen von Fakom oder Fakom. Und siehe da, wenn Sie mal schauen wollen. Ja. Unterschiedliche Größe jetzt, aber die sind 100% baugleich. Also, meine Recherche hat also ergeben, dass die Wirtkästen von Fakom gemacht werden. Aber Fakom oder Fakom wiederum ist ja ein französischer Hersteller, der aber mittlerweile auch nicht mehr für sich produziert oder nur noch der Name ist oder nur noch ein Teil produziert. Da bin ich nicht ganz so tief reingestiegen. Diese Kästen oder diese Ratschensets werden von der Firma Usag gemacht. Und Usag ist ein italienisches Unternehmen. Also, so sind wir quasi einmal rund um die Welt oder rund durch Europa. Ich habe dann mal beim Internethändler meines Vertrauens hier so ein Usag-Ratschen-Set mir besorgt. Die sehen nicht so aus. Die Nüsse sind auch anders. Ein bisschen anders, ja. Also, hier sehen wir nichts, was dem gleichkommt. Aber dieses Set genau in der gleichen Verpackung gibt es auch auf der Usag-Webseite. Die gibt es hier. Also, die Firma ist hier nicht so verbreitet, aber... Ich habe die heute auch zum ersten Mal gehört. Aber wenn du auf die Usag-Internet-Seite gehst, dann wirst du diese Sachen hier finden. Ist genau das gleiche Koffersystem. Steht dann hier Usag drauf. Man muss sagen, das ist ein sehr wertiger Koffer. Die sind auch nicht billig. Diese kleinen Dinger hier. So ab 80 Euro oder so, ne? Ja. Aber man muss sagen, die Verpackung ist echt wertig. Und diese Ratsche ist natürlich mal sehr sexy. Die ist richtig schön, ja. Hier hast du jetzt was, was ich bei der Vera-Ratsche sehr vermisst habe. Du hast nämlich hier eine sehr variable Rastung und kannst jetzt so rasten. Du kannst sogar so rasten, wenn du quasi dich emporarbeitest, wie das ja viele machen im Kopf ihres Lebens, dann ist diese Ratsche was für dich. Oder du kannst auch bis hier 90 Grad, macht vielleicht nicht mehr ganz so viel Sinn, aber wirkt sehr wertig. Die wirken auf jeden Fall wertig, ja. Kein Gummigriff, also Vollmetall. Das kann natürlich auch vorteilhaft sein, je nachdem, ob du jetzt hier mit Fetten oder so, dann neigen ja manche Gummigriffe mal dazu, sich abzulösen. Und die Umschaltung auch sehr sexy, ne? Und wenn ich dann jetzt mal wieder den Vergleich ziehen darf zu dieser Ratsche, dann... Schon das, ja, ist ähnlich, ne? Auch der Umschalter, ne? Könnte man jetzt mutmaßen, dass da so ein bisschen Gemeinsamkeiten sind. Das sieht schon sehr ähnlich aus. Also ich mag sie alle, ne? Ja. Du bist ja auch ein offener Mensch. Ich bin ein offener Typ, ne? Ja. Also was Werkzeuge anbelangt, fühle ich eine offene Beziehung. Ja, ja. Also auch ein sehr schönes Set und es gibt noch diese Version mit dieser Durchsteckratsche. Dann hast du quasi offen. Dadurch bist du sehr flach und je nach Durchmesser der Schraube kannst du sogar mit einer längeren Schraube hier arbeiten, weil die einfach dann durchgesteckt werden kann. Ja, die gibt es auch in verschiedenen, vielen Bauarten, die ratschen von Volcom, ne? Und nochmal der Hinweis, wenn ihr euch mal wirklich ein paar schöne Ratschen anschauen wollt, hier von FACOM oder USAC, je nachdem. Diese Version, staubdicht, gibt es auch in größer. Sind nicht billig, Freunde. Aber die wirken schon sehr schön. Auf jeden Fall. Wobei die auch wiederum hier geschlossen ist, weil staubdichte Version. Die ist hier mein Highlight. Genau, das sind diese Rotator-Ratschen. Haben wir euch schon mal in smarte Werkzeuge gezeigt. Kannst du halt so drehen. Und wenn du umdrehst, Drehrichtung umschalten, dann gehen die in die andere Richtung. Gibt es auch eine Nummer größer. Also auch hier, halb Zoll. Und das ist mal ein Schnapper, glaube ich, gewesen. Ich habe die für, bei Amazon für 34 Euro gekriegt. Ist auch eine Gelenkratsche. Allerdings ohne Arretierung. Aber jetzt mit Teleskop. Kannst du beliebig hier, oder ja, in ein paar Stufen. Und hier, ich meine, wir gucken jetzt schon wieder zu viel Werkzeug eigentlich. Aber auch das von Farkom. So kleine, schöne Ratschenschlüssel mit einer Kröpfung und Umschaltung. Klar, wenn die gekröpft sind, musst du eine Umschaltung haben. Weil die kannst du ja nicht einfach umdrehen. Aber schon noch diese kleinen Baurahmen, noch diese Umschaltung einzubauen, finde ich super. Wie immer, ich suche die Links für euch raus. Könnt ihr unten in der Beschreibung sehen. Und wenn du darüber bestellt bist, unterstützt ihr den Kanal. Deine Rente. Ja. Mein Luxusleben. Ja. Das ist, wie es ist. Und last but not least, zeige ich nochmal den. Den Proxxon. Ja, weil wenn wir jetzt sagen, hier 230 Euro. Hier irgendwie so 140, 150 Euro. Hier haben wir nochmal als Vergleich einen Proxxon. Das ist eigentlich so ein Budget-Tipp von mir. Kriegst du bei Amazon unter 100 Euro. Ich meine, ich habe sogar um die 90 bezahlt. Dann hast du hier Knüppelratschen dabei. Die wirken etwas... Ja, die sind ein bisschen gröber verzahnt. Naja. Ja, wirken auch insgesamt... Ja. Nicht ganz so... Also eigentlich, finde ich, hast du hier einen guten... Du hast einen guten Kurs. Das Geld war für einen Hunderter knapp. Aber wenn du jetzt das hier in der Hand gehabt hast... Ja, dann möchtest du natürlich wieder einen Wirtkasten haben. Wobei, das ist ja auch so ein bisschen KFZ-lastig. Denn wir sehen, wir haben hier Kerzenstecker. Wenn du Zündkerzen wechseln willst, dann haben wir hier sehr viele Nüsse. Bis Schlüsselweite 34. Und wir haben die Bits hier in der Viertel-Zoll-Aufnahme. Plus noch so ein paar kleine Innensechskant. Und auch hier Schraubendreher oder ein Bit-Halter, Nusshalter, was auch immer. Mit dieser Vierkant-Aufnahme. Das heißt, hier kannst du nochmal mit der Ratsche nachsetzen. Schöne Sache für relativ wenig Geld. Auch mit einem Kardan-Gelenk. Und auch hier wieder der Vergleich jetzt mit dem Vera. Der eigentlich, wenn man jetzt mal den Vergleich zieht, zu teuer ist für das, was er bietet. Das stimmt, ja. Ich sage mal, Design-Marketing bei Vera natürlich top. Ist natürlich eine Kultmarke geworden. Ja. Weil die es wirklich durchzieht mit Marketing und Markenbildung. Ein Kompliment geht raus. Aber Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn du jetzt kein absoluter Vera-Fan bist, würde ich sagen, dass Vera hier den Kürzeren gezogen hat. Was würdest du denn jetzt einem Freund empfehlen? Ich habe einen guten Freund auf jeden Fall den Wirtkasten. Schon allein Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Du hast viel mehr Auswahl. Und wenn du auf diese Zyklop-Funktion verzichten kannst, die du ja auch nicht wirklich brauchst unbedingt, dann bist du auf jeden Fall da besser aufgestellt. Ja. Also für mich ist nach diesem Test, muss ich wirklich sagen, der wäre auch eigentlich raus. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich finde die Zyklop-Ratsche gut, dann kann ich sie mir ja noch einzeln kaufen. Können wir auch nochmal verlinken. Aber ich würde sie auch eher so im 1,25-Zoll-Bereich sehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich würde auf jeden Fall versuchen, einen guten Kurs hier für den Wirtkasten zu bekommen. Ansonsten, wenn du sagst Budget-optimiert, kannst du auch den Proxon empfehlen. Der ist natürlich nochmal umfangreicher von den großen Nüssen, muss man sagen. Das Inlay passt auch. Aber in total overall finde ich den schon mega und ich glaube, ich würde mir den auch noch gönnen. Den vielleicht zu Weihnachten. Und den zu Ostern. Den zu Ostern. Oder zu einem Geburtstag, wenn du im Februar oder Januar Geburtstag hast. Ja, dann passt das, ja. Aber ich würde sagen, getreu dem Motto, ihr kommentiert, Brockschnitt spendiert. Was hauen wir raus? Ich würde sagen, wir hauen den Wirt raus. Von mir für euch gekauft. Und was sollt ihr machen? Unter dem Hashtag Wirt sollt ihr jetzt einfach mal eure Meinung schreiben zum Video, zu den Kästen. Euren Eindruck. Wo tendiert ihr hin? Was habt ihr für Erfahrungen vielleicht mit dem oder dem Kasten? Und übrigens haben wir jetzt neu eingeführt. Es gibt Gewinnspielinfos, weil es fragen uns immer viele Leute, wo muss ich kommentieren? Wo werden die Gewinne bekannt gegeben? Wie lange gilt das? Was soll ich schreiben? Muss ich euch vorher Geld vorbeibringen? Alle diese Fragen guckt in die Videobeschreibung. Ist verlinkt. In diesem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns wieder am Sonntag in altbewährter Qualität und guten Laune. Zu welchem Thema? Ich glaube, wir haben nochmal Kettensägen. So ein paar kleine haben wir noch, ja. So ein paar kleine. In diesem Sinne, bleibt gesund. Tschüss und macht's gut. Tschüss. Ja, liebe Leute. Ja, Wirt, Wirt ist Wirt besser als Vera oder Wer... Der Anfang war gut. Dass das hier wie so ein Schraubendrehergriff ist. Ja, das ist natürlich Wirt. Die deklinieren alles hier mit ihrem... Das ist Vera. Es ist auf jeden Fall schon spät. Das ist ja tatsächlich dieser Wirt-Schraubendrehergriff. Das ist immer noch kein Wirt-Schraubendrehergriff. Ich bring das nicht mehr raus. Das ist Vera. Das ist Vera. Das ist wie es ist. Ja.